Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um automatisierte Willenserklärungen. Das ist eigentlich kein ganz modernes Thema, denn Automaten, die Waren verkaufen und damit auch automatisierte Willenserklärungen, gibt es schon seit mehr als 100 Jahren. Hier sehen Sie einen Süßwarenautomaten der Firma Stollwerk aus dem Jahr 1887. Und schon bei diesem Automaten war es so, dass man einen Kaufvertrag zustande brachte, indem man Geld einwarf und dann Waren aus dem Automaten ziehen konnte. Wir haben also es bei automatisierten Erklärungen nicht mit einem ganz neuen Phänomen zu tun, aber natürlich hat das Phänomen durch die Allgegenwart von Computern, auch bei der Anbahnung und Abwicklung von Verträgen, großen Auftrieb bekommen. Bei den Warenautomaten damals wie auch heute prinzipiell bei maschinell ausgelösten Erklärungen gilt, dass die Erklärung zu einem Zeitpunkt abgegeben wird, zu dem derjenige, den sie binden soll, nämlich der Betreiber des Automaten oder des Computers, davon gar nichts weiß. Er hat irgendwann den Automaten oder auch eine Computeranlage in Betrieb genommen und sie so programmiert, dass sie unter bestimmten Voraussetzungen bestimmte Erklärungen abgibt. Also im Fall des Warenautomaten Waren herausgibt und damit die Übereignung anbietet. Im Fall eines Internetshops Angebote macht oder Annahmeerklärungen versendet und so weiter. Wenn dann später die entsprechenden Auslöser bedrückt werden, also zum Beispiel das Geld eingeworfen wird oder bei einem Internetshop eine Bestellung eingeht, dann werden vollautomatisch und ohne dass der Betreiber der Anlage davon weiß die entsprechenden rechtsgeschäftlichen Erklärungszeichen gesetzt. Ob das nun wirklich eine Willenserklärung sein kann, hängt davon ab, ob auch der erforderliche Wille gegeben ist. Nach außen tritt das ja als Erklärung zu Tage. Beim Automaten wird man das so sehen müssen. Bei der Erklärung, die heute per automatisierte E-Mail verschickt wird, ist das noch eindeutiger, denn die ist ja nach ihrem äußeren Erscheinungsbild von einer E-Mail, die persönlich von jemandem versendet wird, unter Umständen gar nicht zu unterscheiden. Also das äußere Erscheinungsbild ist das einer Erklärung. Fraglich ist, ob auch der erforderliche Handlungs- und Erklärungswille da ist. Das kann man nur bejahen, wenn man den pauschalen Willen, dass künftig programmgemäße Erklärungen abgegeben werden sollen, genügen lässt. Und so wird das auch gesehen. Automatisierte Erklärungen sind Willenserklärungen des Betreibers des Automaten, weil sie nach außen hin als Erklärungen erscheinen und weil sie von einem solchen pauschalen Willen getragen sind, sich die programmgemäß später ausgelösten Erklärungen zu eigen zu machen. Und damit können diese Erklärungen als eigene Erklärungen dem Betreiber der jeweiligen Maschine zugerechnet werden. Natürlich sind damit nicht alle Fragen beantwortet und man kann sich auch für jedes technische System neu die Frage stellen, ob diese Sicht der Dinge angemessen ist. Das wollen wir an zwei Beispielsfällen in dieser Einheit besprechen und ein dritter wird am Schluss vorgestellt, den ich Ihnen für Ihr Selbststudium empfehlen würde. Schauen wir uns zunächst den ersten Fall an. Da geht es um so einen Generator, wie er rechts abgebildet ist, einen Stromgenerator. Preislich ist das Ende offen. Das Gerät, was Sie rechts sehen, wäre wohl noch teurer als das, um das es in diesem Fall ging. Im Fall ging es um Generatoren, für die 24 Euro viel zu wenig waren. Das war etwa ein Prozent des üblichen Verkaufspreises. Das heißt, der wirkliche Verkaufspreis lag 100 Mal höher, also bei 2.400 oder 2.500 Euro. Das Gerät rechts wäre eher noch einige tausend Euro teurer. Der V sieht also ein Angebot für solche Stromgeneratoren für nur 24 Euro. Extrem billig, stellt fest, das ist ein Schnäppchen. Und obwohl er offenbar keinen besonderen Bedarf nach solchen Generatoren hat, gibt er ein Kaufangebot ab, also sagt, bestellt diese Ware für 10 Stück davon gleich und bekommt zugleich eine Auftragsbestätigung mit dem Hinweis, Versand erfolgt mit Paket ins UPS. Beim Netto-Warenwert bis 100 Euro berechnen wir eine Versandpauschale und so weiter. Zahlung, Verrechnung, nur für registrierte Kunden. Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Vielen Dank für Ihren Auftrag. Wir werden Ihre Bestellung umgehend bearbeiten. Und in einer weiteren Mail wird dann gesagt, oh wei, ein Irrtum, Systemstörung, wir können den Auftrag nicht ausführen und müssen stornieren. Nun verlangt der K. also Lieferung zu dem Schnäppchenpreis, den er gesehen hatte im Internet. Frage, wie ist der Fall zu lösen? Wenn wir das schulmäßig lösen, ist zunächst klar, dass die Anspruchsgrundlage 433 ist, also 433 Absatz 1, Anspruch auf Lieferung. Und erste Voraussetzung des Anspruchs aus 433 ist natürlich ein Vertragsschluss zwischen Käufer und Erkäufer. Zunächst kann man sich fragen, worin das Angebot liegt. Das könnte man schon im Einstellen dieses Angebots in den Online-Shop sehen. Im Allgemeinen wissen Sie, dass Angebote in Schaufenstern oder das Anpreisen von Waren in Werbeprospekten und dergleichen mehr nicht als Angebot, sondern als bloße Invitatio ad Offerendum gilt. Das kann man bei so einem Angebot im Online-Shop zwanglos genauso sehen. Es gibt allerdings die Auffassung, dass da eine Differenzierung nötig ist, weil bei einem Online-Shop es ja an sich möglich wäre, unmittelbar zu prüfen, ob noch genug Ware vorhanden ist, also den Online-Shop, das Angebot direkt zu verlinken mit dem Warenwirtschaftssystem, sodass das Angebot in dem Moment aus dem Online-Shop genommen wird, wenn keine Ware mehr vorhanden ist. Weil das möglich ist, technisch, entfällt ein wesentliches Argument gegen die Auslegung eines werblichen Angebots als verbindliches Vertragsangebot und für die Auslegung als Invitatio ad Offerendum. Man fliegt ja zu sagen, wenn jemand beispielsweise in einem Prospekt Ware anpreist, dann will er natürlich nicht mit allen, die den Prospekt lesen, einen Vertrag schließen, weil er sonst in die Verlegenheit kommen könnte, dass er gar nicht genug Ware hat. Das geht im Online-Shop nicht. Ich könnte mein Angebot genau so lange bestehen lassen, bis ich keine Ware mehr habe. Da entfällt also ein wesentliches Argument. Auch das Argument, dass man sich die Vertragspartner aussuchen und deren Bonität prüfen will, entfällt, weil man das automatisiert machen könnte im Rahmen einer Kartenzahlung. Die herrschende Meinung hält diese Überlegung nicht für zielführend, schon deswegen nicht, weil das zwar technisch möglich sein mag, aber einen gewissen Aufwand bedeutet, die nicht alle Shop-Betreiber auf sich nehmen bis jetzt und weil es eben auch im Verkehr nicht die durchgesetzte Auffassung ist, weil niemand genau weiß, wie solche Online-Shops funktionieren und es deswegen näher liegt, solche Angebote genauso zu werten wie Werbeangebote in Prospekten oder Schaufensterauslagen, also als bloße Invitatio ad Offerendum. Wenn wir dem folgen, so wie es das OEG Düsseldorf gemacht hat, dann liegt das Angebot hier erst in der Bestellung durch den K. Dass der, indem er im Webshop entsprechende Mausklicks getätigt hat, eine Bestellung getätigt hat, ist als solche unproblematisch und die Frage ist dann, auf welchem Wege wird diese Bestellung angenommen. Dafür kommt hier nur die automatisiert versendete Auftragsbestätigung seitens V in Betracht. Dass eine solche automatische E-Mail, die versendet wird nach Eingang der Bestellung, an sich eine Willenserklärung sein kann, ergibt sich aus dem, was ich zu Anfang erklärt hatte. Die wird zwar nicht konkret von V abgegeben, sondern automatisiert ausgelöst, aber V hat eben seine Computeranlage so aufgesetzt, dass sie automatisch entsprechende Erklärungen versendet. Das reicht aus, um das als eine vom Willen des V getragene Erklärung auszulegen. Dass sie den äußeren Tatbestand einer Erklärung erhöht, dass sie also an sich wie eine Erklärung des V aussieht, versteht sich, wenn eine E-Mail von V kommt. Die Frage ist allerdings, ob nun ihrem konkreten Inhalt nach das Ganze als Annahmeerklärung zu verstehen ist. Und das ist eine normale Auslegungsfrage, wie sie sich auch bei selbstgeschriebenen E-Mails stellt. Und das Problem erhält eine zusätzliche Facette dadurch, dass es sich hier auch um eine bloße Eingangsbestätigung handeln könnte, wie sie nicht nur möglich ist, sondern sogar vom Gesetz gefordert wird, in § 312i BGB, also einer der Vorschriften für besondere Regeln im elektronischen Geschäftsverkehr. Frage also, haben wir es hier mit einer Annahmeerklärung zu tun oder mit einer bloßen Eingangsbestätigung? Dazu kann man nun verschiedene Argumente finden. Im Allgemeinen wissen viele Verkehrsteilnehmer, dass man mit solchen Auftragsbestätigungen zu rechnen hat, eben auch, weil sie gesetzlich vorgeschrieben sind und werden schon deswegen verstehen, dass das nicht unbedingt eine Annahmeerklärung ist. Trotzdem ist natürlich die Frage, wie nun der Text, den sich V ausgedacht hat, für seine Auftragsbestätigungen zu verstehen ist. Dazu gibt es die Meinung, dass so eine automatisierte Erklärung immer gegen den Erklärenden auszulegen ist, analog 305c Absatz 2 BGB, weil das zwar nicht eigentlich eine allgemeine Geschäftsbedingung ist, aber eben eine vorgefertigte Erklärung. Dafür spricht in meinen Augen nichts. Es geht ja eben nur um eine einseitige Erklärung. Für alle einseitigen Erklärungen gilt, dass derjenige, der sie abgibt, prinzipiell den Text festlegt. Das wäre also ganz genau so, wenn V individuell jedem Kunden eine solche Bestätigung schicken würde und allein darin, dass V in diesem Fall den Text vorgibt, liegt kein Grund, das gegen seine Interessen auszulegen. Das Besondere bei allgemeinen Geschäftsbedingungen, wo man das zu sagen pflegt, ist ja das, dass der Text beider, auf den sie sich vertraglich einigen, von einer Seite diktiert oder gestellt wird. Das ist bei einer solchen Bestätigungserklärung nicht der Fall. Ob die nun Annahme ist oder bloße Eingangsbestätigung, muss individuell ausgelegt werden. So hat das auch das OEG Düsseldorf gesehen, hat also die Analogie zu 305c Absatz 2 abgelehnt, aber gesagt, nach allgemeinen Regeln, nach Treu und Glauben und der Berücksichtigung der Verkehrssitte ist das als eine Annahmeerklärung zu verstehen. Dafür spricht unter anderem, dass schon die Zahlungsbedingungen genannt werden, womit ja eigentlich nahe liegt, dass das Ganze als Vertragsschluss betrachtet wird, wenn eben nun angenommen wird, dass der Käufer jetzt auch zur Zahlung verpflichtet ist. Also diese Erklärung lässt sich hören und damit ist prinzipiell ein Vertrag zustande gekommen. Die weiteren Fragen, die sich jetzt noch stellen, sind die Frage, ob man hier von einer Anfechtung ausgehen kann. Das wäre dann der Fall, wenn wir hier einen relevanten Irrtum hätten. Das kann man im Hinblick auf die Preisangabe, die zwar in der Invitatio ad Offerendum enthalten war, aber natürlich im weiteren Vertragsschluss zugrunde lag, ein relevanter Irrtum unterlaufen wäre, also entweder ein Inhalts- oder ein Erklärungsirrtum. Das wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn V den Vertrag manuell eingegeben und sich dabei vertippt hätte. Ob das so war, konnte man im Fall aber nicht entscheiden. Es ist auch möglich, dass es sich um ein Kalkulationsirrtum handelte, dass also V den Preis irgendwie fehlerhaft kalkuliert hat. Aus diesem Grund hat das OERG Düsseldorf die Anfechtung ausgeschlossen, hat aber am Ende trotzdem zu Lasten des Käufers entschieden, weil es gesagt hat, hier geht es zwar um ein Kalkulationsirrtum, der an sich ein unbeachtlicher Motivirrtum ist. Der Irrtum war hier aber von der Gegenseite erkannt und bewusst ausgenutzt und das ist rechtsmissbräuchlich im Sinne von 226 BGB. So ist also das OERG Düsseldorf letztlich doch zu einer Lösung gekommen, die dem V hilft, obwohl man zweimal zu Lasten des V entschieden hat, nämlich erstens, indem gesagt wurde, diese Erklärung ist eine Annahmeerklärung und nicht etwa bloße Eingangsbestätigung nach ihrem Wortlaut und zweitens, weil man auch eine Anfechtung wegen Inhalts- oder Erklärungsirrtum ausgeschlossen hat. Über diese Figur des erkannten und ausgenutzten Motivirrtums bei gleichzeitig einem krassen Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung ist man hier trotzdem dazu gekommen, den Vertrag unwirksam sein zu lassen. Das scheint mir eine an sich gerechte Lösung. Ob es zwingend war, den 119 auszuschließen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Von der Würdigung des Sachverhalts her muss man sagen, dass ein Regulationsirrtum hier sehr fern lag. Das hinge aber im Einzelnen vom Vortrag der Parteien und der Beweislage ab. Ergebnis also für diesen Fall kein Anspruch auf Lieferung dieser zahlreichen Generatoren. K ist sozusagen nochmal davon gekommen. Das wäre ein Fall zu einer klassischen automatisierten Erklärung. Letztlich kein großer Unterschied zum wahren Automat, denn der Computer ist hier einfach im Sinne einer Wenn-Dann-Folge programmiert. Wenn Bestellung, dann Eingabebestätigung. Und das Problem liegt eigentlich hauptsächlich hier in der unglücklichen Formulierung dieser Eingangsbestätigung. Neuerdings gibt es ja sogenannte autonome Systeme. Wir haben darüber schon gesprochen in der allerersten Einheit, als es um die mögliche Personeneigenschaft von autonomen Systemen ging. Also Systeme, die durch künstliche Intelligenz gesteuert werden. Das bedeutet, wie ich damals schon versucht habe, näher zu erläutern, dass sie sich, wie man sagt, probabilistisch verhalten. Sie werden also trainiert, dadurch, dass sie mit großen Datenmengen gefüttert werden und dazu jeweils den Daten, den Eingabedaten, richtige Lösungen bekommen. Sie werden so trainiert, dass sie auf bestimmte Eingabesituationen wahrscheinlich mit einer passenden, sinnvollen Ausgabe reagieren. Das Besondere an diesen Systemen ist, dass es sich nicht um eine einfache Wenn-Dann-Programmierung handelt, also Wenn-Eingabe-X, dann Ausgabe-Y, sondern eben um statistische Verfahren oder probabilistische Verfahren, bei denen trainiert wird, dass das Tutor-Programm sich in möglichst einer großen Zahl von Fällen angemessen, richtig entscheidet. Das macht diese Programme flexibler. Es muss nicht jeder denkbare Fall berücksichtigt werden, sondern es wird eben mit typischen Eingabedaten eine typischerweise richtige Ausgabereaktion trainiert. Der Nachteil ist, dass man nie ganz sicher sein kann, dass auch in allen zukünftigen Fällen so ein Programm funktioniert. Hier war in einem Fall, der so noch nicht entschieden ist, aber mehrfach schon als Schulfall diskutiert worden ist, vorgegeben, dass es sich um einen sogenannten intelligenten Kühlschrank handelt. Genau genommen also nicht um so ein Modell, wie rechts abgebildet ist. Das ist ein früher Kühlschrank aus den 50er Jahren, sondern ein topmodernes Exemplar, das selbstständig einen Speisezettel zusammenstellt und jeweils die dafür passenden Zutaten bei Internetlieferanten bestellt. Dieser sogenannte intelligente Kühlschrank macht nun also einen Fehler. Er setzt eine Kürbissuppe auf den Speiseplan, für die unternehmerische Küche des U. Unternehmerisch, also im Rahmen seiner unternehmerischen Tätigkeit, steht da, damit Probleme des verbraucherrechtlichen Widerrufsrechts keine Rolle spielen. Also, wir nehmen an, das ist vielleicht der Kühlschrank für die Kantine des U. oder sowas. Da wird jetzt also Kürbissuppe bestellt und es soll ein essbarer Kürbis oder mehrere davon bestellt werden, aber durch einen Fehler der steuernden künstlichen Intelligenz bestellt das Programm stattdessen einen Zierkürbis, also eine nicht essbare, nicht genießbare Frucht. Man könnte also sagen, wenn man voraussetzt, dass Kühlschränke denken können, woran man trotz aller künstlichen Intelligenz vielleicht leichte Zweifel haben kann, könnte man sagen, das Programm denkt an einen Zierkürbis, aber es denkt an einen essbaren Kürbis, bestellt aber einen Zierkürbis. Wir hätten also, wenn wir dieses Computersystem, diesen intelligenten Kühlschrank, für einen Moment vermenschlichen, ein Auseinanderfallen von Absicht und tatsächlicher Erklärung und man könnte sich jetzt, wenn es sich um einen Menschen handelt, fragen, ist das dann ein Motivirrtum oder womöglich sowas wie ein Inhaltsirrtum. Aber wir haben es ja mit einem Kühlschrank und nicht mit einem Menschen. Die Frage, wie ist das Ganze nun bei einem Kühlschrank zu lösen? Dazu ist zunächst mal zu prüfen ein Anspruch aus 433 Absatz 2 auf Bezahlung. Voraussetzung ist natürlich wieder das Bestehen eines Kaufvertrages. Wenn wir einen Kaufvertrag haben wollen, brauchen wir wieder Erklärungen beider Seiten. Der U hat eine Erklärung nur in der Weise abgegeben, dass sein Kühlschrank eine Bestellung ausgelöst hat. Nach dem, was wir vorhin gesagt haben, kann man auch hier prinzipiell sagen, dass U, in dem er den Kühlschrank in Gang gesetzt hat, pauschal die Erklärung, die der Kühlschrank programmgemäß abgibt, sich zu eigen gemacht hat. Das ist also ein allgemeiner Handlungswille und ein allgemeines Erklärungsbewusstsein und auch ein Geschäftswille da waren, in der Weise, dass man ihm gesagt hat, was der Kühlschrank im Rahmen seiner Programmierung macht, das wollen wir. Und nach außen hat er auch hier die Bestellung wieder in Eigenart einer Erklärung erschienen als Willenserklärung. V hat spätestens, indem der Kürbis geliefert wurde, das setzen wir voraus, dass das Geschehen ist, auch seinerseits eine Willenserklärung abgegeben, sodass wir eine vertragliche Einigung haben. Fraglich ist nun, ob die durch Anfechtung im Nachhinein wieder entfallen sein kann. Das richtet sich nach § 119 WGB, primär nach 119 Absatz 1 und wie da nun solche Irrtümer bei Computererklärungen zu verstehen sind, dazu gibt es etwas widersprechende Äußerungen in der Literatur. Prinzipiell wird zuweilen gesagt, so zum Beispiel von Wendland im Beckschen Online-Kommentar, dass fehlerhafte Computererklärungen, die durch fehlerhafte Programmierung zustande kommen, prinzipiell als unbeachtlicher Motivirrtum gehen. Die dahinter wäre die, die der Wille des Erklärenden ist darauf gerichtet, sich programmgemäße Erklärungen zu eigen zu machen, wenn die Erklärung entgegen dem, was der Erklärende denkt, nicht wirklich sachlich gerechtfertigt ist, ist das ähnlich wie ein Kalkulationsirrtum plus Motivirrtum. Ich halte das für eine sachgerechte Erklärung, sie ist es nicht, das ist aber nur mein Motiv. Es lässt sich auch noch weiteres anführen gegen die Anwendung des 119 Absatz 1, nämlich zunächst mal, dass die geläufige Definition von Inhalts- und Erklärungsirrtum nicht so richtig passt. Inhaltsirrtum bedeutet ja Irrtum bei der Auswahl des Erklärungszeichens. Hier wäre ja aus Sicht des Betreibers des Kühlschranks, also unseres U, das Erklärungszeichen, gewissermaßen, ich setze einen intelligenten Kühlschrank in Betrieb, was der dann im Einzelnen macht, darum kümmere ich mich nicht und über die Bedeutung dieser Maßnahme und über die Umstände, wie der Kühlschrank dann Erklärung abgeben wird, besteht eigentlich zunächst mal kein Irrtum. Erst recht ist das kein Erklärungsirrtum, also kein Fall des Verschreibens oder Vergreifens. Und schließlich wird manchmal gesagt, wenn man das als eine möglicherweise irrtumsbehaftete Erklärung ansieht, dann ist das eher wie eine Blanketterklärung, also wie das Unterschreiben eines weißen Blattes, wo ich vielleicht Erwartungen dazu habe, was der Empfänger da reinschreiben wird, wo ich mir aber prinzipiell jede beliebige Erklärung, die im Nachhinein auf das weiße Blatt gesetzt wird, zu eigen mache und insofern dann auch nicht anfechten kann, wenn da was anderes steht, als ich erwartet hat. Alle diese Argumente haben Gewicht und führen eben viele Vertreter dazu, das Ganze als nicht anfechtbar anzusehen. Auch die Erfinder dieses Falles sehen es so. Ich bin auch hier nicht ganz sicher. Ich bin sogar konkret anderer Meinung. Ich bin der Auffassung, wenn U den Kühlschrank mit der Annahme in Betrieb genommen hat, der wird nun Speisen bestellen, dann hat er zwar einen pauschalen Erklärungswillen, aber doch einen nicht völlig unbegrenzten. Also anders als der, der ein Blakett unterschreibt, hat er klare Vorstellungen davon, dass es Grenzen gibt und erwartet auch, dass die eingehalten werden. Das kann er auch erwarten, weil er ja einen Kühlschrank kauft, der ihm mit der Zusicherung verkauft wird. Der wird Speisen bestellen. Dass der seine Grenzen überschreiten und Gift bestellen könnte, ist sicherlich nichts, was in irgendeiner Weise im Bewusstsein des U vorhanden ist. Anders als wenn ich ein Blakett unterschreibe, ein weißes Blatt, dann habe ich zwar vielleicht Hoffnungen, was danach hereingeschrieben wird, weiß aber auch, dass es auch anders kommen könnte. Insofern ist hier schon ein echtes Auseinanderfallen von Wille, nämlich ich will, dass Speisen bestellt werden und Erklärung, der Kühlschrank bestellt einen Zierkürbis gegeben. Das passt zwar nicht zu den beiden Fallgruppen des 119, ob die der Gesetzgeber aber so ursprünglich gewollt hat, ist sehr fraglich oder die Materialien belegen eigentlich, dass er das so nicht gesehen hat. Der Gesetzgeber wollte unter anderem kodifizieren, was Savigny gelehrt hat, nämlich, dass die sogenannten unechten Irrtümer die Fälle des Auseinanderfallens von Willen und Erklärung zu einer Anfechtung berechtigen und möglicherweise wollte er sogar darüber noch hinausgehen. Insofern glaube ich, dass man hier auch gut begründen könnte, dass der Tatbestand des 119 erfüllt ist unter den Wortlauten des 119, nämlich, dass jemand eine Erklärung abgibt, die er so nicht abgeben wollte, lässt sich der Fall ohne weiteres bringen. Das Ergebnis wäre dann nach meiner Auffassung, dass die Erklärung anfechtbar ist. Das bedeutet zunächst mal, es gibt keinen Anspruch auf Bezahlung nach 433 Absatz 2. Es gibt aber möglicherweise den Schadensersatzanspruch bei der Anfechtung auf das negative Interesse nach 122 Absatz 1. Das liegt in unserem Sachverhalt auch relativ nah, dass wenn man so einen Zierkürbis dann nach einigem hin und her zurückgibt, der kaum mehr verkäuflich ist, sondern verdorben und wenn es so ist, dass der Verkäufer gezielt sagen kann, wir hätten diesen Kürbis an einen anderen Interessenten verkaufen können und nun ist der Kürbis verdorben, ist nicht mehr verkäuflich, dann hätte er Anspruch auf das, was ihm aus dem anderen Geschäft entgeht, also letztlich wahrscheinlich auf die volle Bezahlung. Würde sich also hier das negative Interesse mit dem positiven Interesse an der Bezahlung decken und letztlich müsste U doch bezahlen. Das ist ein durchaus akzeptables Ergebnis. noch mal zu der Frage, die schon in der ersten Einheit dieser Vorlesung behandelt wurde, nämlich der Frage, sollte man nicht den Kühlschrank als eine Art teilrechtsfähige Einheit sehen, als eine Art Person, E-Person, die wie ein Vertreter für ihren Betreiber handelt. Das kann man machen, das ist vertretbar, aber bringt uns gar nicht weiter. Das sollte an dieser Stelle uns noch mal einleuchten. Wir haben gesehen, wir können mit dem, was wir besprochen haben, sowohl begründen, dass das prinzipiell eine Willenserklärung des U ist, das, was der Kühlschrank aussagt. Wir könnten uns auch auf den Standpunkt stellen, dass diese Erklärung anfechtbar ist, sodass U sich von ihr wieder lösen kann. Das hängt letztlich vor allem daran, ob wir die Möglichkeit der Anfechtung bejahen, ob wir einen Urtum bejahen. Wenn wir stattdessen den Kühlschrank als teilrechtsfähiges Gebilde oder als E-Person ansehen, dann ist er Vertreter des U, dass er selbst als Vertreter ohne Vertretungsmacht haftet, kommt trotzdem nicht in Betracht. Der soll ja nach dieser Auffassung nur teilrechtsfähig sein und hat kein eigenes Vermögen. Es würde sich dann nur die Frage stellen, ob nach den Regeln des Vertretungsrechts U für die Erklärung des Kühlschranks haftet. Und dabei ergeben sich letztlich genau dieselben Fragen und Probleme, die wir gerade besprochen haben, nur in etwas anderem Gewand. Wir würden dann darüber sprechen, ob der Kühlschrank möglicherweise seine Vertretungsmacht, seine Vollmacht überstritten hat, oder ob U seine Vollmacht für den Kühlschrank anfechten kann. Das sind alles etwas fremdartige Überlegungen. Viel richtiger und sachlicher kann man dieselben Probleme behandeln, wenn man das Ganze schlicht als eine Erklärung ansieht, die von U ausgelöst wird und von seinem Willen getragen ist und nach allgemeinen Grundsätzen anfechtbar ist oder eben nicht. Das soll zu diesen beiden Fällen genügen und auch für diese Einheit genügen. Es bleibt als Fazit automatisierte Erklärungen sind Erklärungen dessen, der den Automaten in Gang setzt und sich die Erklärung dadurch zu eigen macht, also des Automatenbetreibers. Das gilt für den alten Warenautomaten genauso wie für einen KI-gesteuerten Computer. Einer E-Person oder sonst der Einführung neuer Regeln bedarf es prinzipiell nicht. Ich habe noch einen dritten Fall vorgesehen, der auf einer etwas anderen Ebene liegt, wo es um einen intelligenten Lautsprecher, der Bestellungen entgegennehmen kann, geht. Den würde ich Sie bitten, Selbststudium zu lösen. Dazu wird es dann wieder Fragen auf Sotapir und ein Auflösungsvideo geben für heute. Vielen Dank.